Hallo, mein Name ist Erik und herzlich willkommen bei mir im Immersive Lab. Kommt mal rein. Mein Studio betreibe ich zusammen mit Daniel von Glasperlenspiel und das haben wir vor einem guten Jahr jetzt gebaut. Hier bei Immersive Lab konzentriere ich mich ausschließlich auf Dolby Atmos Musikproduktion, Stereo machen andere. Ich kümmere mich um die Dolby Atmos Geschichte, Titel gemischt von Künstlern wie Shirin David, Casey Rebel, Robin Schulz, Helene Fischer, Moderat, Topic, großes Potpourri, jetzt gerade kürzlich Alice Merton, gerade fertig gemacht. Also sehr viele schöne Titel dabei, die wir machen. Kitschkrieg, Trettmann kommt bald. Und genau, das ist das, was hier hauptsächlich passiert. Der Raum hat natürlich ein paar Besonderheiten, allein von der Akustik her, natürlich auch von der Technik. Und da zeige ich euch jetzt einfach mal ein bisschen, wo wir hier sind und was wir hier so machen. Grundsätzlich als allererstes, was man sieht, deutlich mehr Lautsprecher. Im Vergleich zu Stereo kann Dolby Atmos tatsächlich bis zu 22 Lautsprecher nutzen. Hier, was wir hier verbaut haben, ist ein ganz klassisches 7.1.4 Setup. Das heißt, wir haben drei Lautsprecher in der Front, wir haben zwei Lautsprecher an den Seiten, zwei Lautsprecher hinten, macht sieben. Wir haben einen Subwoofer, der ist da hinten neben dem Fenster, sehen wir wahrscheinlich noch. Und dann haben wir vier Deckenlautsprecher verbaut und das zusammen ergibt 7.1.4. Wenn man sich so ein bisschen die akustische Struktur dieses Raums anschaut, gibt es auch ein paar Unterschiede zu einem klassischen Stereo-Arbeitsfeld. Denn wir beschallen jetzt den Raum tatsächlich aus mehreren Winkeln und nicht nur von vorne. Das heißt, Anforderungen an den Raum sind ein bisschen anders. Hier in dem konkreten Fall haben wir mit einem Akustikdesign-Team aus Berlin zusammengearbeitet, mit Kostdesign. Und man sieht schon, dass er ein bisschen vielleicht anders aussieht als manch andere Räume, weil wir hier sehr viel Wert auf spezialisierte Geschichten gelegt haben. Auch was das Design angeht. Also das sind Designs, die hier verbaut sind, die gibt es tatsächlich nur hier. Die haben wir unik für diesen Raum herstellen lassen. Grundsätzlich ist es so, wir haben hier auf der unteren Ebene, also auf der höheren Ebene, die ganz klassische Breitbandabsorption. Das kennen wir aus vielen anderen Studios mit diesen Absorbern, die an der Wand hängen. Das ist tatsächlich hier hinter verbaut. Oben unter Decke ist es genauso. Der wichtige Unterschied tatsächlich, das passiert aber in den Stereo-Studios auch meistens, dass wir in der Rückwand hauptsächlich Bassabsorber verbaut haben. Also in dem konkreten Fall haben wir getunte Plattenschwänger verbaut, die ganz gezielt auf die Bassfrequenzen Einfluss nehmen und die dann eben aus dem Frequenzgang reduzieren. Denn hinten die Produzenten-Couch oder die Künstler-Couch, da ist immer viel Bass. Und das haben wir damit ein bisschen in den Griff bekommen. Wir haben ja auch ein kleines Podest, auf dem das Sofa steht. Das Podest ist als Resonator ausgebildet. Das heißt, da sind vier akustische berechnete Kammern drin. Wir haben es tatsächlich gar nicht am Ende des Tages genutzt, weil der Sound und die Kalibration und die Einmessung so gut klingt, dass wir diese Resonatoren eigentlich gar nicht genutzt haben. Aber wir könnten sie jetzt nutzen, indem wir einfach eine Lochbohrung machen mit einem Flaschenhals. Ganz einfaches Resonator-Prinzip. Genau, das ist so ein bisschen der akustische Raum, in dem wir uns hier befinden. Was schön ist, wir haben Tageslicht. Das ist sehr angenehm in den meisten Arbeitssituationen, auch wenn man hier mit Kunden sitzt oder mit Künstlern. Ich finde Tageslicht immer total super und wichtig. Und wenn wir uns ein bisschen so die Technik anschauen, die hier so verbaut ist, da gibt es ein paar Unterschiede zu einem klassischen Stereo-Produktionsumfeld. Eine Sache, die hier tatsächlich ganz meiner Meinung nach fast besonders ist, es gibt keine analoge Leitung mehr. Das ist ein komplett digitales Studio, basierend sowohl auf Audio-over-IP-Format Dante und AES-EBU, also digitale Signalverteilung, denn die Lautsprecher zum Beispiel werden digital angeschlossen. Und genau, können wir uns ja mal ein bisschen was anschauen. Hier drüben auf der Seite, da gibt es auch von der Bausituation eine ganz interessante Geschichte, denn die Wand, in die die Technik eingebaut ist, die gab es vorher in der Form nicht. Da stand eigentlich genau so ein schöner Holz-Windbock, der das Dach hier hält, alles unter Denkmalschutz. Und wir haben diesen Windbock einfach in Trockenbau eingehaust und haben aber eine große Öffnung gelassen, um dann dort die ganze Technik zu verbauen und reinzufahren, sodass sie möglichst wenig Platz nimmt. Das ist kein Riesenraum, er ist angenehm groß, er könnte meiner Meinung nach 5 bis 7 Quadratmeter größer sein, aber das war das, was wir hatten und deswegen haben wir natürlich gucken müssen, wie können wir mit Platz, Ergonomie am besten umgehen und haben dann tatsächlich die ganze Technik einfach direkt in die Wand reingeschoben. Die wichtigste Komponente hier im Studio neben den Lautsprechern ist natürlich der Computer und wir haben hier einen aktuellen Mac Pro im Einsatz, einen 7.1 Intel Mac Pro, 16 Kerne, ordentlich RAM, Dolby Atmos frisst RAM wie nichts anderes und deswegen ist das eine relativ performante Kiste. Die ist über Dante angebunden, an einen kleinen Wandler, der mir dann aus Dante Digital Audio erstellt, also ASEBU, um damit dann auf die Lautsprecher zu gehen. Als DAW kommt hier zum Einsatz bei uns fast ausschließlich Pro Tools. Daniel von Glasperlenspiel, der produziert auch mit Ableton und teilweise in Logic, macht auch ein bisschen Stereo-Arbeit hier, aber wenn ich hier Atmos mische, ist es ausschließlich Pro Tools. Verschiedene Kriterien dafür, einerseits kenne ich es gut und die beste DAW, die es gibt, ist die, die man gut kennt. Und zweitens finde ich die Integration mit Dolby Atmos einfach sehr gut. Ich habe hier noch zwei Controller verbaut auf dem Tisch, das sind die Avid S1 mit zwei iPads dran. Auch dafür macht Pro Tools relativ gut Sinn, weil es ja Yukon nutzt als Protokoll. Wir haben einen Dante Kopfhörerverstärker. Das ist eine kleine Focusrite RedNet AM2-Kiste. Was schön ist bei dem Teil ist, dass sie keine Stromversorgung braucht, weil sie Stromversorgung über das Netzwerkkabel mitbekommt. Das nennt sich PoE, also Power over Ethernet. Und hier hängt dann quasi mein Kopfhörer dran. Bei Dolby Atmos geht es natürlich um viele Lautsprecher im Raum, aber der größte Use Case, also die meisten Leute da draußen hören Dolby Atmos aber mit Kopfhörern. Und deswegen ist der Kopfhörer für uns im Studio absolut essentiell. Wir müssen immer zwischen dem Lautsprecher-Setup und dem Kopfhörer hin und her schalten und gucken, wie transportiert sich der Mix, funktioniert das, was ich da tue. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen ins Detail. Aber deswegen ist der Kopfhörerverstärker tatsächlich unabdingbar hier in diesem Setup. Ansonsten haben wir hier, ich habe nur einen Bildschirm, manche Studios bauen zwei oder drei. Mir reicht einer, ich habe dafür, oder wir haben dafür einen großen genommen, den haben wir ein bisschen angewinkelt. Und angewinkelt deshalb, weil wir haben ja hier schräg drüber den Center-Lautsprecher. Und damit der nicht akustisch verschattet, haben wir im Prinzip einfach so einen Ergotron-Arm genommen, den man dann so anneigen kann. Und der Vorteil ist, dahinter kann man noch ein bisschen Technik verbauen, die man nicht sieht. Also ein bisschen aufgeräumter in dem Fall. Die Hauptsteuereinheit, wenn es ums Monitoring geht, also sprich, wenn ich Lautstärke im Raum mache, was sende ich auf meinen Kopfhörer, welchen Lautsprecher möchte ich in dem Moment mal solo hören oder vielleicht muten, dass ich einen Down-Mix mal höre, also eine Stereo-Version von einem Atmos-Mix. Solche Geschichten, die löse ich über die DAD-Infrastruktur. DAD ist ein dänischer Hersteller, Digital Audio Denmark heißen die. Die bauen auch zum Beispiel für Avid das Matrix- und Matrix-Studio-Interface, das sind OEM-Interface. Ich habe hier allerdings die direkten DAD-Systeme verbaut. Und hier diese kleine MOM, der Monitor Operating Module quasi, ist so die Hauptmonitorzentrale, die ich hier nutze. Und die kann ich komplett frei belegen mit den Tasten, also genauso, wie ich mir das eben vorstelle. Genau die Sachen einbauen, die ich gerne hören möchte, kann ich darüber steuern mit einem Lautstärkeregler. Und auch hier so schön, das Teil braucht auch keinen Strom, es nutzt auch quasi Strom über Netzwerk. Also es braucht schon Strom, aber eben PoE. Genau, und das Teil kommuniziert mit den DAD-Geräten, die dort drüben im Rack verbaut sind. Ich habe einerseits den brandneuen Core 256, das ist ein 256-Kanal Thunderbolt-Interface, welches zusätzlich zu Thunderbolt noch 256 Kanäle Dante drauf hat, 64 Kanäle Mardi und 16 Kanäle ADAT. Also es ist eigentlich, naja, so die Rundum-Sorglos-Lösung im Prinzip, wenn es um größere Infrastrukturen geht, wo tatsächlich mit viel Channel Count gearbeitet wird. Hier in dem konkreten Fall nutze ich aber eigentlich nur 12 bzw. 14 Outputs, denn ich wandle dann Mardi auf AES-EBU über den DX32, das ist diese goldene Büchse. Von dort geht es dann auf die Lautsprecher. Aber der Core 256 von DAD, das ist quasi auch mein Monitorzentrale. Das heißt, da läuft eine kleine Software drauf, die können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Und mit dieser Software sage ich dann eben, welche Quelle möchte ich hören, welche Ziele möchte ich ansprechen. Also eine sehr, sehr flexible Audio-Routing-Matrix am Ende des Tages. Und das löst hier im Prinzip alle Monitoring-Situationen sehr, sehr ausgiebig und umfangreich. Wir haben noch zwei RedNet-Interface verbaut. Die sind allerdings wahrscheinlich nicht mehr allzu lange da. Die RedNet-Interface, die waren noch bei Daniel im Bestand. Die wandeln analog Audio auf Dante. Und momentan nutze ich die, um sehr, noch sehr kompliziert, auch mal Dolby Atmos über eine Apple-TV-Setup-Box abzuhören. Denn darüber kann ich tatsächlich auch Katalog-Titel hören. Also was produzieren denn die anderen Studios? Was machen die Amis? Was machen die Briten? Wie klingt der aktuelle Titel von Ariana Grande in Atmos? Das kann ich darüber dann hören. Das ist noch ein bisschen komplex technisch verbaut. Löst sich aber jetzt gerade, indem wir sprechen, auf Software aus. Das heißt, es kann sein, dass diese Systeme bald nicht mehr da sind. Denn ich brauche dazu tatsächlich noch so einen handelsüblichen Receiver, einen AV-Receiver, der allerdings analoge XLR-Ausgänge bietet, damit ich quasi mir, jetzt wird es technisch, den HDMI-Strom des Apple-TVs eben abhörbar mache auf den Lautsprechern. Und dadurch, dass hier alles digital läuft auf Dante, brauche ich natürlich Wandler, die mir die analoge Welt des Apple-TVs, des Receivers in die Dante-Welt bringen. Und dann kann ich es anwählen in meinem Monitoring. Dafür habe ich dann hier auch einen Knopf, kann da drauf drücken und höre dann direkt Apple-TV ab auf meinem kalibrierten Lautsprechersystem. Das ist im Prinzip schon so technisch alles außerhalb der Lautsprecher. Die Lautsprecher sind natürlich ein wichtiger Punkt, weil wir natürlich nicht mehr nur zwei Lautsprecher haben, sondern eben, wie gesagt, bis zu 22. Die meisten Atmos-Räume sind aber mit 12, 14 oder 16 Lautsprechern verbaut. Also 714, 914, 916. Das sind so die gängigen Formate, Lautsprecher-Kanal-Formate, die wir in den verschiedenen Studios finden. Ich nutze hier, wie man unschwer erkennen kann, Genelec, Surprise. Und ich bin der Meinung, dass es einer der besten Lautsprecher-Hersteller ist, wenn es um Thema Immersive Audio geht, Dolby Atmos. Aufgrund der Bandbreite an Produkten, die es gibt. Also für jede Anwendung gibt es eine Größe. Die sind alle kalibrierbar. Das heißt, die Kalibration, die Einmessung, die ich mache, mache ich direkt im Lautsprecher. Ich brauche nicht noch ein Tool im Rack oder eine Software. Ich lande direkt auf einem kalibrierten Lautsprecher. Das macht die Sache sehr, sehr einfach und sehr simpel, aber trotzdem sehr, sehr gut klingt. Was bei mir ein bisschen anders ist oder eine Besonderheit ist, sind die beiden Front-Links- und Rechts-Lautsprecher. Denn im Dolby Atmos Mix, genauso wie im Stereo, ist immer noch der meiste Inhalt auf links und rechts, auf den beiden Kanälen. Das heißt, es bietet sich an, diese beiden Kanäle auch möglichst performant lautsprechertechnisch auszustatten. Das hat auch den Hintergrund, dass in den meisten Abhörsituationen bei den Leuten zu Hause, der linke und rechte Lautsprecher ist meistens da, wo er auch hin soll. Und er ist auch meistens in der Lage, das wiederzugeben, was wir mischen. Alle anderen Lautsprecher, Center-Lautsprecher, Surrounds, die stehen im Heimkino irgendwo. Und da haben wir nicht so richtig Einfluss drauf, was da passiert. Aber links und rechts, da können wir zumindest mit fast, ich würde mal sagen, 90-prozentiger Sicherheit sagen, dass das ebenso reproduzierbar ist, was wir hier tatsächlich auch mischen. Und was wir hier verbaut haben, sind die sogenannten Woofer-Stands W3-71 von Genelec. Das sind keine Subwoofer, sondern das sind tatsächlich adaptive Bass-Erweiterungen zu den dreiweg-koaxialen The Ones-Top-Lautsprechern. Der Vorteil bei den Systemen ist, ich kann sie mit der eingebauten DSP an den Raum anpassen. Das heißt, eine ganz klassische Frequenzgang-Korrektur machen. Aber dadurch, dass die Lautsprecher sowohl einen Woofer vorne raus haben in einem Closed-Box-System, als auch einen Woofer nach hinten raus in einem getrennten Chassis, kann ich mit diesen beiden getrennten Bass-Lautsprechern, wenn man so möchte, spannende Einmessgeschichten machen und die Kiste am Ende des Tages sogar richten lassen, um somit weniger Raumeinfluss hinter dem Lautsprecher mir einzufangen. Denn je tiefer die Frequenz ist, umso kugelförmiger strahlt den Lautsprecher ab und umso mehr Rauminformationen bekomme ich. Und da ist es natürlich dann immer wichtig, im Bassbereich den möglichst kontrolliert zu halten, egal wie, selbst im Stereo. Und da helfen diese Woofer-Stands extrem. Zudem kann ich natürlich jetzt auch echt unfassbare Lautstärken fahren, die mir hier die Kopfhaut vibrieren lassen. Aber der Vorteil an dem System ist, dass ich einen absolut linearen Frequenzgang mehr herstellen kann. Und das ist halt extrem wichtig auf dem linken und rechten Kanal. Es ist fast, wenn man so will, eigentlich ist es fast ein Mastering, Stereo-Mastering-Setup, was wir hier haben. Also es ist schon sehr exquisit und es macht einfach unfassbar Spaß. Und darum geht es am Ende des Tages auch. Hinter dem linken Woofer-Stand ist in der Ecke ein 12-Zoll-Subwoofer verbaut. Den brauche ich ja trotzdem, denn die Woofer-Stands sind ja keine Subs. Das heißt, ich brauche ja für ein Dolby Atmos-Setup noch den LFE-Kanal, Low Frequency Effect heißt das. Das heißt, da landet dann wirklich nur Spezielles drauf. Entweder Booms oder tiefe 808s, Kickdrums, die anteilig mit drauf gemischt werden. Im Filmton nutzt man den LFE meistens für irgendwelche Explosionen oder irgendwelchen tieffrequenten Rumble und solche Geschichten. Also es ist ein reiner Effektkanal. Und gucken wir uns auch später noch im Mix nochmal an. Den sollte man auch nicht überbewerten, diesen Kanal. Gerade in der Musik muss man immer ein bisschen aufpassen, wie viel nutzt man diesen Kanal. Denn in der Reproduktion weiß man nie so genau, können die Leute das tatsächlich dementsprechend auch wirklich hören. Und auf Kopfhörern kann sich das dann auch ein bisschen negativ auswirken. Wir gehen ins Detail. Was hier in dem Setup noch besonders ist, die Rear-Surround-Lautsprecher und die Vier-Decken-Lautsprecher habe ich gebase-managed. Das heißt, die sind eigentlich, also die hinteren, wären für diesen Raum eigentlich laut Dolby-Spezifikationen ein Ticken zu klein. Von der Performance. Was man jetzt allerdings machen kann, ist, man kann sie in einem Verbund mit dem Subwoofer laufen lassen und eine Grenzfrequenz, eine Trennfrequenz wählen. In dem Fall habe ich mich für 70 Hertz entschieden. Sprich, alles, was auf diesen Lautsprechern landet und unterhalb 70 Hertz ist, wird vom Subwoofer wiedergegeben. Und alles, was über diesen 70 Hertz ist, wird von den Lautsprechern wiedergegeben. Damit entlaste ich die Lautsprecher von der Last und ich ermögliche ihnen, so tatsächlich lauter zu spielen. Den Bass, der hinten aber landen würde auf den Rear-Surrounds, trotzdem sehr kontrolliert wiedergeben zu können, eben in Hilfe des Subwoofers. Also das sind die beiden Aufgaben, die der Subwoofer dann in dem Fall hat. Und das passiert alles in dem Genelec-Kalibrationstool. Cool, also nachdem ich euch jetzt alles gezeigt habe, was hier so Hardware-mäßig im Raum verbaut ist, gucken wir uns einfach mal die Software an. Ich hatte es ja schon angedeutet, meine Hauptarbeitsumgebung ist Pro Tools. Parallel zum Pro Tools gibt es aber noch ein bisschen mehr Software, die in dem Atmos-Verbund hier läuft auf dem Rechner. Das ist natürlich ganz wichtig, der Dolby Atmos-Renderer, der mir quasi die Brücke schlägt zwischen meiner DAW, also in dem Fall Pro Tools, und dann der Peripherie-Interface-Lautsprecher in die Richtung. Und was läuft noch hier auf meinem Rechner im Hintergrund? Ich habe hier noch die kleine GLM-Software, Genelec-Lautspeaker-Manager, mit der steuere ich mein Lautsprecher-Setup. Also damit mache ich die Kalibration, hiermit mache ich auch quasi die Adressierung der Lautsprecher. Hier kann ich auch mit den Lautsprechern kommunizieren, wenn es um Firmware-Update geht, sonstige Geschichten. Das ganze Audio-Routing, also das Patching zwischen der DAW und meinem Outboard, beziehungsweise den Lautsprechern, passiert in der sogenannten Deadman-Software. Das ist eine etwas altanmutende visuelle Software, die aber hochmodern, hocheffizient eben die ganzen Komponenten von DAD steuert. Also hier mein MORM, diesen Monitor Operator, Operating-Module, was bei mir auf dem Tisch liegt, mein Lautsprecherknopf plus die Interfaces, die im Rack sind. Das sind so die Haupttools, die auf dem Rechner laufen, wenn wir mal ein bisschen genauer in die Pro Tools-Welt schauen. Natürlich habe ich auch für die Atmos-Produktion, die ich nutze, so ein paar Go-To-Plugins, die ich meistens benutze. Surprise, surprise, wie fast sehr viele heutzutage, ist bei mir der Farbfilter Pro Q3. Eigentlich so mein Standard-EQ, den ich benutze, wenn ich Mischungen mache. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass in einem Atmos-Mix nicht ganz so viel EQ passiert, wie es tatsächlich in der Stereofassung passiert. Denn ich bekomme ja in der Regel schon vorgemischte Stamps. Das heißt, das ganze technische EQing ist in der Regel schon passiert und ich mache ja dann nur Adaptionen an die räumliche Umgebung und muss dann natürlich nochmal frequenzmäßig eingreifen, um es eben an den Raum anzupassen. Ich habe auch ein paar Kompressoren, die ich gerne nutze. Zum Beispiel auf meinen Bass-Spuren findet man immer den Arusor. Der Arusor ist ja im Prinzip die Software-Replikation von Distressor, von Empirical Labs. Den finde ich ziemlich gut. Den nutze ich auch auf meinen Parallel-Kompressions-Bussen, die ich je nach Genre auch mit benutze. Zusätzlich nochmal zu dem Eigentlichen, was ja im Stereo schon passiert ist, gibt es ab und zu nochmal ein bisschen Farbe. Ein Tool, was auf keinen Fall fehlen darf in meiner Signalkette, ist der Saturn 2 von Farbfilter. Ja, denn manchmal hat man Projekte, die sind analog vorsummiert. Die Projekte und die Files, die ich dann bekomme, sind allerdings eine Stufe vor dem Summierer. Und dann muss man gucken, dass man nämlich diesen Sound, diese Couleur von manchem Outboard-System, wenn es um Saturation geht, Kompression, Distortion, Dichtheit, da ist für mich der Saturn 2 tatsächlich unabdingbar in Sidechain-Modis. Das heißt, der wird immer quasi Sidechain betrieben in vielerlei Hinsicht, um sich tatsächlich an Hüllkurven von anderen Signalen zu orientieren und daraufhin dann eben zu arbeiten. Das sind so die wichtigsten Plugins, Kompressionen, wenn ich auf den Vocals nochmal komprimieren muss, was ab und zu passiert, nicht allzu oft, dann nutze ich hierfür gern den Farbfilter Pro C2, tatsächlich auch im Vocal-Modus. Der Vorteil des Vocal-Modus hier ist, dass ich keine Ratio habe, sondern ich habe im Prinzip nur einen Threshold und einen Attack und Release. Das hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich haben wir auch noch viele andere Plugins am Start. Wir haben das ganze bunte Potpourri von den UADs. Ich habe ein kleines Satellite hier von UAD installiert über Thunderbolt. Die sind natürlich auch immer hilfreich, wenn es darum geht, externes Outboard zu reproduzieren, wenn es nach den Stems summiert wurde. Ein paar Atmos-spezifische Plugins, die wir brauchen, wobei mein Workflow hat sich etwas geändert, ich brauche sie nicht mehr ganz so oft, aber er kommt immer noch zum Tragen, sind sogenannte Upmix-Plugins. Da habe ich auch tatsächlich zwei, die ich benutze. Es gibt einerseits den Pentheo 16. Der macht mir quasi aus, egal welcher Kanalanzahl, 7.1.2. Das heißt, ich kann ihn mit einem Stereo-Signal füttern, zum Beispiel ein Pad, und der faltet mir das dann eben auf, auf bis zu 7.1.2. Er kann auch mehr. Diese 7.1.2-Kanalstruktur ist Pro Tools-bedingt limitiert. Wenn ich eine andere DAW nutzen würde, Logic, Reaper, Nuendo oder Cubase, könnte ich tatsächlich auch noch bis zu 9.1.6 abmixen. Und neben dem Pentheo gibt es noch einen weiteren, das ist von Nugen, der Halo-Upmix. Das ist ein prinzipiell ähnliches Tool, klingt ein bisschen anders als der Pentheo. Den nutze ich gerne, also den Nugen-Halo-Upmix nutze ich gerne auf flächigen Sounds, wenn es Pads sind, Synthies, ab und zu auch mal auf dem Klavier, wohingegen ich den Pentheo, interessanterweise hat sich das so rauskristallisiert, tatsächlich relativ gerne nutze, wenn ich Hallräume abmixe. Das heißt, wenn ich getrennte Hallräume angeliefert bekomme, die im Stereo-Mix verarbeitet wurden, kann ich die mit dem Pentheo wunderbar schon mal in eine 7.1.2-Größe bringen, um dann daraufhin damit weiterzugehen oder zusätzliche Hallräume zu bauen, zu dem bereits Bekannten. Zusätzliche Hallräume habe ich natürlich auch. Ich habe hier in Pro Tools die Folderstruktur gebaut und habe hier einen Folder gebaut, wo im Prinzip alle Reverb, Return und Echo und Delay und alle Prozessoren zurückkommen. Einerseits gerne benutzt bei mir ist von iZotope der Neoverb in drei verschiedenen Instanzen, also er wird dreimal gleich gespeist, kommt aber in unterschiedliche Couleur hinten raus für unterschiedliche räumliche Bearbeitung. Also ein Stereo-Pärchen geht nach vorne, eins zur Seite, eins nach hinten. In unterschiedlichen Presets und unterschiedlichen Färbungen kommt dann der Neoverb zum Einsatz. Ich habe zum Beispiel noch eins meiner Lieblingstools, also die Älteren oder uns kennen noch die Hardware, der Eventide H3000. Die Band-Delay-Variante finde ich mega gut. Da kann man auch wunderschöne Spirenzien mitmachen. Und dann wird es ein bisschen spezieller, denn dann müssen wir tatsächlich auch mal gucken, ob wir irgendwie Mehrkanal-Hall-Instanzen haben oder Plugins haben, die tatsächlich mehr als Stereo prozessen können. Und meine neuesten Ankömmlinge in meiner Plugin-Liste sind die Cinematic Rooms. Die kennt vielleicht der ein oder andere. Die werden oft in der Postproduktion benutzt für Hallräume. Liquisonics heißt die Firma. Die bauen aber auch wirklich richtig, richtig gute Hall-Plugins, die tatsächlich bis zu 7.1.6 ausgangsmäßig verwendet werden können. Und die gibt es als Cinematic Rooms. Es gibt eine Instanz, die heißt Lustrous Plates zum Beispiel. Auch mehrkanalfähig. Und die Teile sind wirklich sensationell. Also von iZotope gibt es zum Beispiel die Exponential Audio Parts. Auch super gut klingend. Aber die Cinematic Rooms und die Lustrous Plates von Liquisonics sind tatsächlich absolut ebenbürtig. Und die sind jetzt gerade in meinem Template gelandet. Zusätzlich auch noch eine kleine Freakshow. Den Farbfilter Timeless 3. Kennt vielleicht auch der ein oder andere. Total abgefahrenes Tool. Und ich glaube, ich benutze nur 1% von dem, was das Teil kann. Unfassbares Delay Echo Freakout Plugin. Was ich auch in doppelter Instanz nutze. Also sprich, die werden gleich gespeist mit dem gleichen AUX-Weg. Habe aber einmal ein Timeless für die vorderen Lautsprecher und einen anderen Timeless für hinten. Unterschiedliche Presets, unterschiedliche Setups. Gibt einfach total abgefahrene Effekte, die man im Raum dann eben gestalten kann. Und eine Spezialität, auch so ein bisschen atmosbezogen ist, ich habe einen Stereo-Hall, der nur für hinten genutzt wird. Das heißt, der wird ganz klassisch wie ein Hall angespeist oder angetrieben über einen AUX-Weg. Die Ausgänge dieses Halls gehen aber in sogenannte Objekte und landen nur hinten im Raum. Und da habe ich hier von Liquisonics den Illusion. Der ist ein Replika, nee, ich glaube nicht der Illusion, anderer, von Bricasti M7. Auf jeden Fall ist das aus der gleichen Plugin-Familie. Und der hat in dieser Session hier, das ist jetzt gerade eine klassische Poprock-Produktion, sehr, sehr gut funktioniert. Und das sind so die Haupt-Tools und Plugins, die ich benutze. Wenn wir nochmal kurz auf den Renderer schauen, der Dolby Atmos Renderer läuft immer quasi im Hintergrund, gekoppelt an meine Pro Tools Session, also quasi auch Timeline verkoppelt. Und hier mache ich dann quasi alles, wenn es darum geht, wie laut höre ich ab. Natürlich habe ich hier die Mom, aber in der Software kann ich das nochmal machen. Ich kann hier auch sagen, ich möchte bitte nur die Objekte hören aus meinem Atmos Mix oder ich möchte den Atmos Mix mal zu einem Stereo-Mix downmixen und das mal gegen das Original-Stereo hören. Das passiert dann alles hier in der Monitoring-Abteilung von dem Dolby Atmos Renderer. Und in dem Renderer landen am Ende des Tages auch die finalen Atmos Master. Dort kann ich sie dann in der Lautheit prüfen. Das habe ich hier. Ich kann das mal kurz anlaufen lassen, dann sieht man, wie das hier quasi sich widerspiegelt. Hier in der Mitte haben wir eine Lautheitsmessung. Ich muss auf einen gewissen Zielwert landen. Hier unten habe ich dann eine visuelle Reproduktion meines Dolby Atmos Mixes. Das heißt, hier kann ich sehen, wo sind welche Objekte platziert oder bewegen sich. Ich habe in der Mitte ein klassisches Metering und kann hier in dem Segment tatsächlich auch einzelne Lautsprecher mal stumm schalten oder wieder dazu schalten oder mal mit einer Tastenkombination nur den Subwooferkanal abhören, um zu gucken, was da passiert. Das kann ich auch über die Mom machen, aber hier geht es tatsächlich in dem Moment einfach relativ schnell und sehr handelbar. Ich habe hier noch zwei kleine Hardware-Controller-Komponenten ja im Einsatz. Einerseits die Avid S1 mit den iPads, die mir erlauben, sehr schnell eine taktile Kontrolle meiner Pro Tools-Oberfläche zu haben mit ganz klassisch Fadern und Rotary-Encoder mit Metering auf den iPads, wofür ich die meistens nutze. Tatsächlich, ich greife nicht so viel auf Volume-Automation mehr ein, denn die Sachen sind ja in sich schon gemischt, die ich bekomme. Aber wenn es darum geht, Elemente im Raum zu verteilen, nutze ich in meiner Session-Struktur sehr viele AUX-Wege dafür. Und da ist die S1 natürlich super, weil ich die im AUX-Modus direkt flippen kann und habe sofort pro Bank, pro Kanal den jeweiligen AUX-Weg im Zugriff und kann so relativ schnell einen Sound auf verschiedene AUX-Wege verteilen. Das kann ich alles mit der Maus machen, ist allerdings mit dem Teil deutlich komfortabler und deutlich schneller. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, wofür ich das nutze. Ich nutze das hier drüben auf der linken Seite noch zur Umschaltung zwischen meinem Stereo-Mix und dem Atmos-Mix. Da habe ich hier immer im Hintergrund eine Stereo-Mix-Version laufen und schalte die darüber um. Und das macht die Sache sehr, sehr flexibel und einfach handelbar. Dann habe ich hier noch so ein kleines Stream Deck. Elgato Stream Deck ist relativ bekannt, findet man in vielen Studios. Da habe ich mir dann natürlich direkte Presets draufgelegt. Wenn ich zum Beispiel Pro Tools offen habe, dann kommen automatisch die ganzen Parameter, die ich brauche. Wenn ich in Pro Tools arbeite, habe ich mir Key-Commands hinterlegt, ich habe mir meine ganze Export-Struktur hinterlegt. Denn Dolby Atmos-Mix exportieren bedarf ein bisschen mehr Geschichten, als es ein Stereo-Mix zum Teil ist. Das liegt alles hier drauf. Sehr, sehr einfach zu nutzen. Wenn ich den Dolby Atmos-Renderer offen habe, habe ich dann hierzu direkt meine Lieblings-Key-Kommandos, Open Master, Analyze-Loudness, Batch-Export, dass er mir quasi, wenn ich ein Album gemischt habe in Atmos, dass er mir automatisch die verschiedenen Down-Mixes exportiert. Und meine GLM-Version und die Deadman-Version, die ich eingangs beschrieben habe, die laufen auf einer separaten Maschine, auf einem eigenen Mac Mini im Rack. Damit wir hier dann eben unterschiedliche Systeme als Zuspieler nutzen können, ist das Monitoring ausgelagert auf einem extra Mac. Und den kann ich über Remote Desktop dann steuern und habe tatsächlich alle Befehle auch hier auf dem Stream Deck. Also fühlt sich an, als wäre es ein Computer, sind aber in der Tat zwei. Und das macht die Sache sehr, sehr flexibel. Das wären so die Haupttools, die ich benutze. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von den Sachen. Und macht's gut, bis bald.